Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Mich jetzt irgendwie hinteren gejagt, ich weiss nicht wo durch ich muss. Oh, die letzte Folge ist so lange her. Exmanations, ich fange einfach mal Exkamination. Ohohoho! Scheisse! Boah! Exkaminations, rechts. Ich sehe so nichts. Exkaminationsraum, ist das da vielleicht irgendwo? Ach du heilige Maria. Längst rechts ständig. Exkaminationsraum! Lass mich! Scheisse! Ich weiss nicht was ich da machen sollte. Ich werde einfach von allen verfolgt. Hä? Jetzt gehts da durch? Was bewegt sich nicht? Ich bin doch wieder fit, aber ich sehe wirklich... Ich sehe nichts. Ich weiss nicht wo du... Bewegt sich nicht! Nicht bewegt sich, Alter! Nicht! Was bewegt sich nicht, wie kann das sein, Mann? Oh, endlich hat es aufgegeben. Hä? Jetzt bin ich endlich hoch, aber ich bin irgendwie bekifft. Scheisse, Mann. Jetzt bin ich immer noch drauf. Oh, hier ist es schon drin. Oh, also das Fifi. Kann man das im Internet nachschauen, was ich da drücken muss? Das. Das. Was? Da soll ich noch etwas finden? Hä? Kann ich das nicht? Was soll das noch einmal? Warte. So, da ist das ja gesehen. Du scheiss Milch-Käuberrei. So. Ja. Oh. Das Ding macht mich nicht dumm. So was sagst! fim. Du hast doch nichts. Du hast keinen Ball vor. Geh komm, ich warte dir! Du bist ein schmiediger Fahrzeug. Du bist nicht verdammt. Ich nehme mich um den Eier und zu. Zwoia. Du warte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was heisst das jetzt? Boah! Oh shit! Boah! Was hätten wir so einen Schocken? Ich meine, hey! Ich habe doch keine Angst. Komm raus! Hier ist nichts! WTF? Clarence! Ich bin zu nahe! Jails, Alter! Ach du Scheisse, bin ich zu nahe gewesen? Was Landschaftsgemelde? Hm... Jö, wie es sich freut! Ich finde das sogar noch... niedlich! Und zerschnitt ihm den Kopf, Alter, Mann! Lass mich los! Ich komme nicht mehr noch, ich weiss nicht, was ich machen will. Oder wie ich überhaupt rauskomme. Clarence! Da drinnen! Oh, mein Dad ist gerade gekommen. Unwichtig aber! Nicht, dass er mich so schräg geht wie ein Pussy! Okay... Er macht die Tür zu, damit er sich wieder... zerstören kann. Uh! Komm da rein! Wow! Ja! 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 Du Wichser! Komm da! Lass mich los! Ja! Ich sehe dich, Mangell... Ungefähr. Ich werde dich nicht beschädigen! Huch, huch, ey! Der Wixer geht doch da rein, Mann! Oh fuck, ich weiss nicht wo durch, ich weiss nicht was machen! Nei! Wo kann nur ein, 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 wo würde ein. Der Ende der Konrad wurde, dass ein Mensch sein, als er glaubte es. Mensch zu seine Füße, ich entsprache mich. Oh mein Gott, Alter. Das ist der Turmguide. Das ist einfach der Turmguide, wie... What the fuck? Wo bin ich, wenn ich das... Holy shit! Okay. Aber eine einzelne Menschheit ist schwach. Nichtsdestotrotz unterschätze ich euch nicht, Menschheit. Nicht unterwerfen mich euch. Ich muss jedoch meinen eigenen Wunsch eurer Wut noch weiter schüren. Das ist mein Verstand. Das ist mein Verstand. Und wie komme ich da jetzt raus? Also raus. Was muss ich machen? Was für ein Rätsel? Ich strebe stets und werde nicht. Aus diesem Grund habe ich alle übertroffenen, die mich gestört haben. Ich werde testen in welche Richtung ihr strebt und dann sollt ihr eure Antworten haben. Und wenn es denn sein soll, eure Rache. Ich habe eure Antworten. Und wenn es notwendig ist, eure Revenge. Ich werde meine Revenge bekommen. Ah, das ist schon fertig. Fangen wir mal so an, ok. Ich wollte jetzt runter springen, aber dass er wohl falsch gesehen hat. Anscheinend befindet sich hinter dieser Wand eine weitere Zelle. Der weiss alles. Der verdammt viele. Der weiss alles. So, schauen wir mal hier. Ah, warte. Abgeschlossen. Andere, Weg. Ich schaue, da kannst du ja hochklettern, das kann... Ah! So. Typisch. Scheibe. Von vorne an. Mein Verstand wird es auch mal nachten, das ist auch gut. Für einen Satz habe ich immer wieder auf meinen Verstand zurückgekommen. Ich gehe nicht richtig vor, dies ist eine Art Test und der offensichtliche Weg ist wahrscheinlich nicht der richtige. Wieso kriege ich? Aha. Ah, Mann, das ist ein Test. Da komme ich nicht raus, aber sicher. Es muss fast da sein. Sieh. Ich würde nicht die Menschheit der Gewalt um dich zu zerstören. Ich bin mehr schützbar als das. Bist. Hau. Schnell runter, Kump. Ich gehe nicht richtig vor. Ah, was ist das? Hey. Hey, durch hier. Pass mich auf den Pfeifen, Mann. Ich kann uns rauskommen. Komm mal, wir haben nicht viel Zeit. WTF, alter Mensch, Mann! Ja, bleib da! Ich bin ja auch gezwungen da zu bleiben! Falsch! Wir arbeiten zusammen ist der einzige Weg! Ich bin nur ein, doch ich bin viele! Danke, Mensch! Der Turmgeist, das wird nicht mehr sagen. Nicht mehr sagen, aber... ... 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